KI und Hochschule bedeutet für mich eine echte Herausforderung. Zum einen in der Lehre technologische Innovationen eben auch einzubauen, diese zu nutzen und auf der anderen Seite aber eben auch die Studierenden zu ermutigen, diese Innovationen auszuprobieren, anzuwenden und den Forschergeist in den Studierenden auch wachzuhalten. Das Besondere am UFF in Heilbronn ist die Location, die Leute, die Atmosphäre und die Themen. Ich finde es richtig toll, dass das universitäre Leben, Forschung und Lehre hier im Mittelpunkt steht. Der KI Campus ist für mich ein richtig toller Partner, mit dem ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite. Danke ans Team.